Hallo und herzlich willkommen zu PUBG Mobile mit Dragon of Ra, der gerade nicht am Platz ist, oder? Und dem... Dragonfly. Und Dragon of Ra fliegt weiter. Oh scheiße. Wie lange brauchst du, um die Tür zuzumachen? Ja, Headset weg und dann aufstehen und dann hinlaufen. Ja, jetzt musst du nach oben gucken die ganze Zeit, ne? Und voll Kanne. Ja. Bist du schon unten? Hä? Bist du schon unten? Ne, gleich aber. Liegst du in die Schule? Oder in die Häuser? Nein, nein, in die Häuser wieder. Da hat man mehr Deckung. Unser vierter Mann bin ich gerade vorbeigeflogen. Okay. Ich bin da. Ich bin auch auf dem Dach. Komm mal auf das Dach. Ja, ich fliege hier aufs Dach. Boah, genau vor der Tür. Zahle. Dann wenigstens Pistole. Pistole. Noch Pistole. Da fliegt er an der Schule. Aufs Dach. Aufs Dach. Das ist unser Teamkollege. Ne, da ist ein anderer geflogen. Oben aufs Dach. Aufs ganz große Dach. Wie seid ihr eigentlich in der Schule? Da ist die Schule krass. Hier geht doch die Kali, oder? Ich glaube die K. Ich hätte aber lieber gern... Hier ist gar nichts. Eine Pistole. Ey, schon wieder nichts hier, Alter. Ich könnte kotzen, ey. Manchmal verfluche ich dieses Spiel, ey. Wow, ein Viererskop wenigstens. Loll, ein Viererskop auf der Utsi, nee. Guter alte Weitschuss-Utsi. Naja, zweier Weste wenigstens. Oh yeah, die haben Vier. Schoko-Torgen. Mit dem Vierfach-Wirr. Perfekt. Aber ich esse ja, ne? Ihr wisst das, ne? Oben auf dem Dach ist der. Der müsste ja im Pool sein. Bei uns auf dem Dach. Ja, ja. Da war keiner. Doch, da ist ja bei einer gelandet. Einer gelandet. Doch, ganz oben auf dem Dach. Euer Team ist ja weiter weg gelandet. Nee, aber Dennis ist da oben gelandet auf dem Dach. Yeah, zwei auf der Upt. Wo du es gesagt hast, da ist Dennis gerade gelandet. Ja, das war aber nicht. Dennis, ich habe seinen Namen ja nicht gesehen. Das weiß ich auch nicht, weil hier ist keiner. Ich laufe hier durch die Schuhe und sehe keinen. Äh, und ich loote die ganzen Häuser hier. Ich habe einen Sky-L gefunden. Gar keine Waffe. Also, vernünftig. Hier ist ein M16. Ah, ein Thompson. Das ist gar nichts. Der Wutzi. Oh, nein, 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 nein. Und Sie. Ganz gar nichts. Hast du die Sky-L übersehen? Ich versammelt habe ich einen zweiten Stock. Äh, ich werde beschossen. Wer hat einen getötet? Wurde von. Ich habe die AKM hier oben. Er wurde, äh, getötet. No. Irgendwo. Er wurde beschossen, aber. Mal kommen, das. Wir werden beschossen. Ach, und wo? Echt? Ich habe doch gesagt, da ist einer. Nein, von wo? Wir wissen nicht von wo. Nicht von uns. Ja, ich sehe keinen. Wir werden von, von deiner Richtung beschossen. Ich bin auch, ja, da muss hier irgendwo, aber ich bin am Bluten. Ich habe keine Zeit. Wir müssen irgendwo auf dem Dach sein. Ja, also, ich, hören tue ich keinen. Das heißt, weiter looten. Ja, okay. Ich werde auch nicht mehr geschossen, wo du am Fenster standen hast. Hier ist wieder eine M16. Ich bräuchte mindestens einen 4er Scope. Oh, eine Granate. Granate? Ja, habe ich auch gehört. Komm mal mit. Komm mal mit. Hello. Hello. Hä? Was war das denn? Das hat irgendwie ein Hallo geschossen. Ja. Das war der Gegner hier. Stimmt. Hier ist einer. Tod. Vielleicht gestorben. War alleine. Bei uns ist aber noch einer. Hat hier die Granate geworfen. Oh, der hat es gar... Nee, da nicht. Nicht 6 haben. Wir kommen, glaube ich, zu dir. Ja. Hier ist gar keiner. Bestimmt ist hier irgendwo einer. Ich habe den gerade gelootet. Der hat einen Molotow hier hingeworfen. Ja, wer... Das war das... Gedingst. Das war die Bombe. Das war der bestimmt einer. Hä? Nee, der... Der Molotow ist auf der Straße hochgegeben. Wann ist denn der... Nee, ich habe den eben erst geworfen. Achso, du hast den Molotow geworfen. Nee, nein. Ich nicht, aber... Der... Den habe ich schon vor langem... Der ist ja schon down. Der ist ja schon... Ja, aber der hat die Granate ja vorher geworfen. Achso. Kann sein, dass es der war und zurückgerannt ist wieder. Hat eine scheiß Granate geworfen. Wollte uns alle... Einfach drin bleiben. Hinter bleibt so. Wir finden bestimmt wieder einen, der hier einfach rein rennt. Weil er denkt, das wäre eine coole Idee. Und dann raus. Hier nur nicht durch mit Looten. Da ist einer. Auf 240. Das hat schon passiert, ist tot. Down. Ich könnte ihn finishen, wenn er holt. Der kriegt... Junge, du schaffst es. Nein, schafft er nicht. Arm, okay. Da ist noch einer. Oh. Okay. Oh, Leute. Bombenzone. Scheiße. Bombenzone, ey. Ja, ich bin sehr down, nur. Ich brauche 5.56er, Moni. Boah, scheiße. Der wäre voll der Bombe. Der hat die Bombe abgekriegt. Egal, ich habe ihn getarretet. Ich muss ihn looten, aber... Jetzt kannst du ihn looten. Ich gehe denn jetzt looten. Ich gehe bei dir. Hier ist auch einer gestorben, hier vorne. Ja, ich komme mit und gebe dir Deckung. Falls ich jemanden sehe, der auf dich schießen will. Echt eine. Oh, Phyroskop. Kann ich abgeben? Bräu ich nicht. Ich brauche einen Phyroskop. AKM und M416. Warte, ich muss gucken, ob ich das habe. Ja, habe ich. Komm her, hier, ich lege das hier hin. Ich habe nämlich eins. Gut. Ich brauche ihn nämlich so sehr. Und dann loot ich meinen noch, den ich getötet habe. Der scheint nichts zu haben. Der ist nämlich weggelaufen. Für die Scar ist... Für die K ist das. Warte mal, der muss hier irgendwo gestorben sein. Der war hier irgendwo. Ja, hier, 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 hier. Wo? Nee. Hier ist er. Da. Ich habe noch nicht reingeguckt. Nee, alles gut. Ah, der hat die Scar ist sehr gut. Warte. Guck auch mal kurz rein. Die M4 weg und die Scar nehme ich. Braust du Scar Munition oder? Ja, brauche ich. Ich habe die jetzt geschnappt. Nee, ich habe... Ey, warte mal, das ist schon so ein Spektor, ne? Ja, brauche ich noch. 7, 6, 2er brauche ich nicht. Ja? Die könnt ihr auch schnappen. Habe ich schon da weggeholt. Warte mal, wie? Ja, weil für die K braucht man nicht so viel money. Ja, 7, 6, 2er AKM brauche ich 7, 6, 2er AKM. Ich schieße ja nicht über 100 Schüsse. Also Skabler. Skabler. Oh, ich könnte das gebrauchen. Ah, wie ist denn jetzt die Zone hier? Die sind gut drinne noch. Aber ich glaube, jetzt müssen wir raus. Scheiße. Ich habe nur einen 1er Helm, ey. Ich brauche einen Feierhelm, ey. Die Kaka kann kein erweitertes Magazin. Weißt du? Wie ist die Zone? Wir sind da noch drinne. Wir sind voll drinne. Wir können da oben irgendwo. Ja, wir fahren nicht. Da ist ja noch. Da war einer. Wo denn? Hier. Hat der ihm die Karte rufen? Ich glaube, der ist in die Häuser gelaufen. Ich glaube, der ist in die Häuser gelaufen. Wir werden ihn von seinen Leiden erlösen. Auf jeden Fall ist hier einer lang gerannt eben. Hat der jetzt die Tür zugemacht oder ist er weitergelaufen? Der hat hier nicht gelootet. Ja, aber da ist doch sehr lang gelaufen. Ich konnte den nicht sehen, weil ich auch gerade beschäftigt bin. Ja, wir müssen in die Zone. 400 Meter. Tschüss, ich fahre ohne euch. Da ist einer. Auf 240. Ja, ich sehe ihn. Ich habe ihn angehltet. Wo ist er denn? Der läuft weiter. Boah, ich mache jetzt richtig Action. Ich bin gleich wieder da. Achtung, Auto. Wo ist er denn hingelaufen? Ich verarsche den jetzt. Ich schwore der... Ja, hier sind Häuser. Das ist das Problem. Ich wollte den Wechs, Sniper. Jetzt klaut er dein Auto. Ne, ne. Leider. Hat einen Headshot. Hat einen Headshot kassiert. Aber vom allerfeinsten. Okay, der hat nicht so viel. Den nächsten. Der nächste ist tot. Ich habe zugeguckt, wie du ihn gekillt hast. Tschüss, Mike. Komm rein. Ja, wir müssen ihn saunen. Wir müssen ihn looten. Ja, so. Ja, komm. Ja, wir haben ja Zeit. Wir haben noch fast zwei Minuten. Los, Fahrauto. Nitro. Wer schafft das? Ich loote den. Blende, wir geben dir Deckung. Es ist einer hinter uns. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Ja, ich schreibe ihn weg. Komm. Wo ist der? Ah, da. Ah, ich habe ihn. Ne, du. Ne, ich. Ah, der hätte gar nichts hier, ey. Ist da noch einer, oder was? Ne, der ist da. Ich habe ihn. Ja, gut. Müsste aber noch einer sein, weil der war nur kampfamfähig. Doch, es ist noch einer. Auto und so auf 330. Ja, die fahren weg, ich kann nicht vergessen. Da läuft aber noch einer. Wo denn? Da hinten läuft einer. Der ist angehitet. Ich habe ihn down. Gut. Aber wir müssen doch eh dahin kommen. Wir fahren mit dem Auto da hin. Ich fahr den jetzt um. Was hat der hier? Mike, komm jetzt. Nichts. Außer Munition, die ich nicht mehr brauche. Ich fahr den jetzt um. Ich hoffe, wir befinden den. Egal, ich fahr den jetzt über. Der ist ja nur kampfamfähig, ne? Ja. Oh, oh. Da ist er sogar. Da. Ja, ich sehe. Hallo. Oh, Mann. Na, looten nicht. Der hatte nichts Interessantes. Der hatte sogar diese BP-Waffe. Wir müssen eh in die Zone. Wir haben gar keine Zeit. Oh, ich fühlste von links. Da sind wir nicht gefassen, ja. Aber wir müssen in die Zone eh. Hier rechts. Ja, ja, stimmt. Dann steigt wieder ein. Wollen wir da hinfahren? Ja, rechts, ne? Ja, ich würde da jetzt hinfahren. Über die Brücke. Und die pushen einfach. Fahr doch rechts über die Brücke. Rechts. Rechts ist ne Brücke, da oben. Da rechts. Er wird nur auf das Boot nehmen können. Da vorne ist einer auf B genau. Ja, schieff aus dem Auto raus. Ich fahr B. Weil ich kann ihn nicht sehen. Ich kann ihn nicht sehen. Der ist weg. Na komm, wir fahren den rum. Oh, scheiß Bomben. Er ist rechts hier runter. Da ist er. Da läuft er. Zwei. Rechts ist noch einer. Der ist tot. Okay. Ich muss mich fett heilen. Drive by. Die hat mir richtig viel, alter. Der hat ein vierfach Scope, ey. Ich hab keinen Platz mehr. Ich loote den da hinten. Hier ist Bombenzone, ne? Ja, egal. Der hat ein achtfach Scope, geil. Das ist in die Zone laut. Lauf zum Haus, damit ich geschützt bin von den Bomben. Ja, ne, ich geh ins Auto. Denne Car. Komm, Dennis. Aber im Auto bist du nicht geschützt vor den Bomben, ne? Ja, ich bin drin. Ich und Dennis machen jetzt Kamikaze. Ich fahr einfach aus der Bombenzone raus. Warst du noch? Wir sind schon draußen. Ich muss kurz mal, ähm... Ups. Ich muss kurz... Scopes wechseln. Ah, fuck. Wir müssen in die Zone, die Zone kommt. Können wir gleich gucken, wo die nächste Zone hinkommt. Dann können wir da über die Brücke fahren. Da kommt einer. Lass ihn mal abknallen. So. Wo denn? Ja, genau. Lass den abschieben. Im Auto. Im Auto. Ne, über die Brücke. Ah, scheiße ey. Was ist das? Da ist einer. Warte, ich snipe den weg. Ich snipe den weg. Ich snipe den weg. Ich snipe den weg. Nein, ich will weg snippen. Oh ja, jetzt... Jetzt geht zu hier. Wir müssen weg. Ja. Ja, was liegt denn da im Wasser? Und da? Ja, wo? Ach, da vorne. Ja, was ist das? Das ist ein Jet-Ski. Ah, okay. Und weiter. Ich habe ja einen 8-fach Scope. Ich kann das ja sehen. Da ist einer vor Ort. Nein, nein. Eine Auto. Das sah eben so aus, weil nur so ein Strich war. Ich dachte schon. Du weißt doch, gestern mal, den ich umgedriftet habe, Alter. Ja. Voll geil. Boah, gedriftet und den voll mitgenommen. Richtig umgedriftet. Wir fahren Lootdrop. Ab, ey. Oder einsam. Ja, ich packe den aufs Auto und dann fahre ich weg. Den schneiden wir aufs Auto, ey. Ey, mal gucken, ob das geht. Ich mach das. Ich versuch das. Willst du den holen? Ja, aufs Auto. Das geht nicht. Der muss hier landen. Warte, 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 warte. Ich seh hier nichts mehr. Der ist über uns direkt. Der landet hier vorne. Vor uns direkt. Vor uns hier? Ja, der landet direkt vor uns. Äh, der eine ist tot, den ich weg jetzt ne? Ja, genau. Vor uns. So. Der kommt jetzt runter. Nein, das geht nicht. Guck mal rein. Hä, da war ne Spritze drin und ne AWM. Will jemand die AWM? Ne, ich hab die AWM schon. Ja, da ist Munition für die AWM drin, ne? Ja, ich brauch die AWM nicht. Was soll ich damit? Die ist geil, wir haben. Dann mich die AWM. So, scheiß AWM da. Weil ich Achtfachsgrupf, weißt du? Ich bleib jetzt hier, weil wir sind Janator. Ähm, ja, AWM ist scheiße. Zwölf noch, ne? Ja, zwölf noch. AWM ist scheiße. Ich hab wenigstens die Munition mitgenommen. Kann keiner die AWM-Munition klauen. Dennis, heil dich mal. Ah ne, ich muss mich heilen. Leute, wieso hab ich so viel? Ich hab die AWM liegen lassen und die Munition rausgenommen. Alter, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Der Lootrop ist leer. Das ist richtig gut. Aber ich hab's gefährlich. Ja, klar kommt hier wer ja. Lootrop. Aber von wo, ne? Ah. Wir stehen hier auch echt geil, Alter. Ich fahr jetzt, wir wollen das hin. Warte mal, wo ist die Zone? Ich fahr jetzt Mitte Zone. Ich kann nicht einsteigen. Warum, wir sind ja? Einsteigen. Für die K. Für die Kahn, wir sind ja. Wieso fährt? Oh, loil, wir haben keinen Sprit mehr. Wir haben keinen Sprit mehr, so kann ich fahren. Dennis, willst du einen Vierer haben? Äh, ja, ja, cool. Jo. Ich muss das gleich ändern. Kannst du ja jetzt ändern. Äh, ja, elf noch, ey. Scheiß, kacke hier. Könnte ein Sieg werden. Aber ich weiß einfach, wo haben wir eigentlich? Da hast du einen Schnauern. Ich werfe ein paar Sachen weg. Also nicht aufnehmen. Ja, wir stehen hier überall gut, aber der Berg ist kacke. Wir können die Sachen ja nicht aufnehmen, wenn wir die Kaffen dazu kommen. Die werden bestimmt hinter uns kommen. Da ist ein Auto. Auto. Komm, wir pushen die. Oder? Da oben. Oben auf. Äh, 165 fahren die. Geh da jetzt hoch, weil hier ist eigentlich eine gute Stelle. Da links läuft einer. Ja, du musst doch sagen, oh genau. Ja, ich, wenn ich, wenn ich den anschieße, kann ich nicht recht drauf. Das Auto ist hier. Gut. Das Auto ist hier. Hier ist das Auto. Ah, der war nur hier alleine drin. Okay, der war allein im Auto. Aber egal, wir haben wieder ein Auto für die nächste Zone. Ah, vielleicht wollte er dann zum Teamkameraden fahren. Hier ist wenigstens Sprit drin. Wer wollte zum Lootjob? Na, dauert ja noch nicht. Wer hat noch eine K? Wir sind noch in der Zone. Noch eine K, ja. Ich bin hier hin und warte hier. Wir sind ja eh noch nicht. Adrenalinspritze habe ich. Die war im Lootjob drin. So, hier lügst du. Ich dachte, hä, wieso kann ich nicht weiterlaufen? Läuft da einer? Hinter uns läuft einer. Auf 105. Er weiß nicht, von wo die Schüsse kommt. Ja, ich packe die scheiß K weg da, ey. Wo ist der? 105? 105, die kann bauen. Ab ihn. So, jetzt. Ruhig hier. Äh, Auto. Hart angegelt. Der Teammate ist auf K. Der Teammate war auf K. Beide, 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 beide. Beide down, beide down. Ja, du schießt. Beide down, hallo, beide down. Hab beide. Ach. Tod oder down? Beide tot. Hab vier Kills gehabt, jetzt hab ich sechs. Bei der Einzelnen. Aber egal, der Tot. Den einen, der hinterm... ...winkst. Die Typen, ne? Der eine ist voll spät ausgestiegen und der andere war auf K. Auto brennt. Auto geht gleich in die Luft. Ja. Dennis hat ihn getötet. Auto ist in die Luft. Ähm, Auto... Achter Scope. Mike, hier ist ein Achter Scope drin. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Mike, die Zone kommt. Okay, warte. Die sind, glaub ich, außerhalb der Zone. Äh, die sind... Ey, hat einer noch? Hat einer... Innerhalb, innerhalb, innerhalb. Hat einer 556er-Money? Der will nicht so so brat von. Ich brauch 556er-Money. Der eine hatte 556er. Welcher denn? Ich brauch 556er, ey. Ich hab... Achtung, auf mich wird geschossen. Ich bin down. Wo, wo, Dennis? Auf mich wurde geschossen. Wo denn? Weiß ich nicht, hab ich nicht gesehen. Mike, komm hinterm Flugzeug. Der, Dennis wird angeschossen. Ah, hier 556er, gut. Hat der auch 556er? Oh, wir müssen in die Zone zurück. Ja, ich weiß. Kann einer mich aufheben? Ich bin bei meinem Auto. Warte, wo ist denn der? Von wo denn, Dennis? Außerhalb der Zone. Ich seh ihn. Seh ihn auch. Okay, tot. Ja, Mike, du bist immer zu schnell. Äh, geh Dennis aufheben. Nö, geht noch. Ja, den können wir... Toll, den können wir... Ja, wir müssen weiter, 270 Meter. Toll, das Scope liegt da noch. Achter, oder was? Ja. Aber ein Achter lag da auch bei den Typen, ne? Ja, ich hol da schnell mit dem Auto. Die, beim Auto, beim Brennen denn? Ja, ja, ich hol den. Äh, der, der rechte von denen. Hinterm Auto. Ich weiß, Mike. Ah, okay. Okay, ich bin wieder voll. Äh, Führerscope. Bock, ein Scope, was mehr als zwei ist. Also mehr als vier. Ja, ich komm nicht an die Kiste, wann? Weil hier die ganzen Scheiß-Sachen rumliegen, ey. Musst du Escape drücken. Dann soll ihn jetzt. Ah. Wow. Weg schon mal ins A. Ich hab das Achterscope, Dennis. Ja. Komm, wir fallen jetzt in die Zone, ich geb's dir dann. Los, rein. Ich geb's dir dann. Ey, lo. Ey, yo. Steig doch ein, da. Jetzt. Bin drin. Ja, wir müssen jetzt Gas geben. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja. Da hinten ist ein Lootjob, da werden welche sein. Nee, da werd ich nicht hin. Da werd ich. Es sind noch drei. Drei noch. Drei noch. Das wird ein Team sein. Müssen nur ein Stück hin. Ja, ich hör's bitte. Nee, die schießen auf sich. Wir gehen in den Zettel. Nach rechts schießen sie. Zwei Stück sind rechts. Drei Stück sind rechts. Die sind rechts. Ja. Oben am Baum. Ja, warte. Dennis, komm, Achterscoup. Äh, warte. Äh, hast du das mitgenommen? Äh, ich hab keinen Achterscoup hier drinnen. Hä? Mike, hast du das Achterscoup mitgenommen? Nein. Nein, habe ich nicht. Ist egal. Äh, ich hab keinen Platz mehr. Die sind eh nicht weit weg. Ich hab keinen Platz mehr im Verkauf des Spiels. Ich hab den in die Eier geschossen. Wo ist der? Äh, 100. 345. Und rechts ist einer hingelangt. Ich bin down, ich bin down. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Komm, komm, hier um die Ecke. Ja, heb mich auf. Oder ins Haus. Ja, kommt einer. Da ist einer. Warte, ich geh um zu... Warte. Die killt den. Einer muss mich heilen. Oh, fuck. Ich bin gleich down. Ich bin auch gleich down. Mike, schnell. Der kommt. Der kommt. Oh, Alter, scherb ich. Oh, ey. Ah, scheiße. Kein Bock auf die Aufmerksamkeit. Der ist tot. Ja, ich bin auch tot. Oh, ich muss pissen. Ich muss sich kurz ganz komplett teilen. Damit kannst du dich heilen, ne? Mit 8. Da oben ist er. Wo ist der? Haben wir oben. Äh, 330. Beide. Anfänger fähig. Wo? 330. Genau 330 hinterm Baum. Okay. Ich hab da hingeschossen in die Richtung. Wir geben die bessere Posi, ne? Wir müssen. Wir müssen in die Zone. Wir sind in der Zone. Aber wir müssen aus der Zone raus, um hier raus wieder rauszukommen. Also raus, Dennis. Ben, hinter das Haus. Oh, ne. Zone kommt. Zone, 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 Zone. Äh, ja. Oh, ne. Ich muss mich heilen. Ich bin down. Er kommt. Push, 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 push. Wo denn? Warte, 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 warte. Heil mich. Du hättest mich heilen können. Ja. 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 Der steht aber immer noch am Baum. Die sind in der Zone. Ja, ja. Ich weiß. Der andere passt links rum, ne? Ich habe eh, ich wurde Kampfhof hier euch gemacht. Geil. Der kommt jetzt. Der kommt. Oben, Berg. Oben, Berg. Soll ich versuchen? Nein. Ja, versuch. Nicht mich heilen. Der läuft. Du hast einen scheiß Scope. Lauf in die Zone. Lauf in die Zone. Warte, denn? Ist das denn? Ist das denn? Ist das denn? Ist das denn? Weiß egal. Lauf am Berg lang. Okay. Okay, lauf. Granate, Achtung. Okay, das war's. Ah! Kommt da, ist der Nimm! Ja! Ja! Loll! Alter! Beste Runde, Alter. Sehr gut. Ich dachte, ich wäre tot. Alter. Ich habe doch überlebt bis zum Ende. Dann würde ich sagen, das war mal wieder eine Folge. Das war Reflex. PUBG Online. Ich habe schon vor lauter Aufregung vergessen, wie das Spiel heißt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschau. Tschau.